Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Bitte lassen Sie mich gehen! Jeder Mensch trägt ein Geheimnis in sich. Jeder von uns verbirgt etwas. Es ist egal, ob Sie glücklich umherlaufen, etwas trinken oder einfach nur verliebt auf einer Bank sitzen. Sie verbergen etwas. Manchmal ist es nur die Liebe zu jemandem, manchmal Eifersucht, manchmal Hass oder aber auch Mord. Auch wenn jemand schon vor sehr langer Zeit ermordet wurde und sein Mörder bisher nie gefasst wurde, so ist es nicht vergessen. Wir suchen nach neuen Hinweisen und lassen den Fall erst ruhen, wenn der Mörder gefasst wurde. Denn kein Opfer ist jemals vergessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017